Den gab es früher auch schon. Achso, das war das Online-Ding, ja, ja. So, jetzt schließen wir ihm erstmal seine Buntzüge auf, dann kann er auch ein bisschen arbeiten. Ja, aber wir müssen erst abhauen und dann wiederkommen. Aber wenn du da vorne die Truhe, die jetzt links hinter der Tür ist, öffnest, da ist es nicht umgehen. Gute Sache. Ja, ne? Fetzig. Gut, ja, wahre Sache. Ich mag gut. Ja, darum kann man zielsicherschießen. Blutfleck berühren, hat er sich mit den Dings hier im Mosh? Ja, dem würde ich nicht Gott zugeben. Sonst verraue ich ja gerne ein paar NPCs, aber wenn sie wirklich berühren. Apropos NPCs, soll ich dir mal was zeigen? Wenn wir gleich mal, bevor wir gleich zurückgehen, zeige ich dir mal eine kleine Sprechen. Ja. Ja. Ja, was willst du denn denn jetzt? Ähm, die Voltstreeck-App vom Händler? Für eure Frau. Achso, ja, der auch den Fieberstein. Genau. So bewege ich mich auch persönlich, private Marken. Ja, weiß ich. Das finde ich, äh, spannender als... Wärts schon mal einen coolen Schild. Blöd ist natürlich, dass er jetzt nicht stetlich viel Unterschild hat. Ich glaube, der linke ist unterer Schild. Ja, ja. Vielleicht, hm? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, guck mal, bei Rüstung. Das, wie haben wir das an? Ich hab keine Ahnung. Ja, guck mal, den für 1500, der ist auf jeden Fall besser, den wir da anfangen, glaube ich. Aber lass mal eben gucken. 74, 78, 71, 71, das ist ein Oberfluss. Äh, das ist kein Vergleich, das ist doch viel Hinterhaltung. Nein, die Sache ist einfach, ja, kein Vergleich, das ist schon mal schlecht, aber, wenn wir den Wach abkaufen... Ja, ja, weiß ich, das hast du gesagt, 74, 78, ja, schauen wir mal, wenn wir das vergleichen können. Ja, 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 dann nehmen wir das zu 1500 mit und dann sagen wir mal, genau, dann ist der das nächste Mal auch ein bisschen glücklich. Und dann sieht's auch gar nicht so schade aus, wenn ich in meinem privaten Auge habe, um jetzt hier zu Hause, siehst du? Ja, stimmt, das steht dir total. Ja, ne? Ich bin zwar immer, dass Rot nicht so meine Phase ist, aber... Das ist, glaube ich, die Rüstung von den Rittern. Nötig. Ich bin mir das mal nicht ganz sicher, aber das sieht eigentlich aus. Oder das ist immer noch ein Rock, oder? Mehr so ein bisschen. Ähm, nicht da runter. Nö. Ja, du kannst es natürlich probieren. Nö, nö. Ja, es gibt einen Katzenring, der, äh, sagtest du kaum noch falsch anstellt. Ja, äh, ja, da können wir ohne den Ring nicht runter, ne? Äh, geh mal weg von dem Loch. Ganz weit weg. Ganz weit weg. Wieso? Äh, nein, geh mal da, da. Äh, dahin zurück, wo wir, wo wir ins, äh, ins, äh, ins, äh, ins Tutorial gehen. Ja, genau. Dann gehst du nicht auf die linken Seite, gehst du nicht ins Tutorial und auf der rechten Seite kannst du weiter. Ja, da ist so ein, ja, da ist noch, ja, stimmt. Ein NPC und zwei, äh, Unterbote, die da mit, äh, vergifteten Wacken. Ja. Und so eine... Kleine Figur. Ja, genau. Die mit Sicherheit nie eine Person war. Nie. Die... Die auch nicht versucht hat, die Tür zu öffnen, die sie jetzt blockiert. Ganz genau. Die wir wahrscheinlich irgendwann im Laufe des... ...Spiels zurückerwannen. Oder kaputt. Hm... Übrigens, den hab ich auch schon umgenannt. Der gibt, äh, 2000 Erfahrungspufe und du kriegst das blaue Schwerpunkt. Den du nicht alle umbringst, ne? Ja, mein Gott. Also ich bin jeden NPC um, den ich jetzt nicht unbedingt, äh, effizient finde. Damit ich die Seelen kann. Ja, das Problem ist, die könnten einem alle irgendwie nochmal helfen oder so. Ich hab mich da immer in Dark Souls von, von möglich... Aber, ja, das hat einem auch nicht immer was geholfen. Da war ja einer, wenn du den vorher nicht getötet hast, der das nachher russest du nachher noch den Fies nicht noch gegen ihn machen. Aber... Nein, das glaube ich, dass da ein echter Menschenstreifler mit wurde. Ja, genau. Und die beiden Jungs, die da drin sind, äh, die haben auch noch ein paar Schwerpunkt dabei. Ja, zumindest so einer. Ja, das ist eine junge Frau. Nie. Nie. Sehen wir mal ganz normal aus. Ich guck jetzt. Ach, der kann die Tür selber kaputt machen. Ja, die kann ich auch kaputt machen. Ja. Ich guck jetzt mal öffnen, aber die Magik ist doch nicht so. Ja, die geht natürlich auch. Da hat mir alle nie eine aus, ey. So, auf der Seite ist unser Schätzchen drin. Auf der anderen Seite ist nix, aber so ein Arschgeige, wie man verhauen kann. Der hat auch keine Waffe, der ist. Schade, ich hab ihn doch nicht fertig. Ja, so einfach geht das, ja. Aber das wollten wir doch auch mal gegen Vorsicht halber gemacht. Ja. Wie gesagt, die Nase habe ich umgelegt, da ist nicht mehr schwer. Aber das fand ich auch nicht. Ja, das hat wahrscheinlich ein relativ... Also im Dark Souls 1 gab es das auch schon so schwer. Ähm, hat wahrscheinlich ein relativ hohes Tats, oder? Ja, frag mich jetzt nicht genauer. Ja, dann geht's wohl zurück. Ja. Oder möchtest du jetzt probieren, die beiden Riesen umzulegen? Bin schon lange nicht mehr gestorben, ne? Ne, das ist jetzt nicht. Aber was du vielleicht mal ihm zeigen könntest. Da wir auch noch ein paar Leute haben, die zu gucken. Dreh dich auch komplett um. Und geh mal um zum Turm. Ach so, ja. Da kann man auch ein Eid leisten, genau. Nicht nur das. Man kann da auch was sehen. Echt? Mhm. Gut. Dann wollen wir mal spekulieren gehen. Das waren direkt vorne vor die Platte. Oh, ja. Das sind die Tode insgesamt weltweit. Ja. Das ist doch eine gute Zahl, oder? Aktuell ist die 6 Zahl mal. Genau. 16. Immer noch 16. 21. 26. Ja, das läuft, ne? Wurde ich sagen. Und weißt du, was ich dazu sagen muss? Wie sind die denn jetzt eigentlich gesprochen? Ja, wir sind wohl unsloser. Ja, wir stehen wohl unsloser. Ja, wir stehen wohl unsloser. Ja, wir stehen wohl uns. Ja, wir stehen wohl uns. Wissen, das stand ganz groß hier, als wir reingekommen sind. Ja. Hey, roll mal, was ich denn hab. Und du hast ihn getötet, das hast du vorhin schon gemacht. Ja. Aber der bringt ihn. Ja, das ist voll mit Weike. Das ist alles so ein bisschen. Oh, ich hab alles verloren. Ich bin so arme. Ja, ja. Ja, stimmt nicht. Lava, 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 Lava. Ja, für den Eis. Der ist irgendwie von dem blauen Ding. Ich hab das nicht gesehen. Aber wir haben da schon ein Eis. Ja. Was wir aus gut bezeichnen. Ja. 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 Ja, das ist eine clevere Aussage. Ja. 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 Das haben wir auch schon mit irgendwoher anderen alten Freunden. Ja. 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 Ja, genau. Ja. 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 Das ist jetzt auch die ganzen Falle. Ja. Ja. weiter 3 und ich kann ja nicht ja wenn du ihn umgebracht hast wird das schwierig dort obwohl jetzt auch nicht unbedingt so schwer zu kriegen ist äh das lässt sich nicht ernst ja dann wollen wir mal wieder ach so oder gucken wir mal an den Riesen egal ja wir sind jetzt warm gezockt dann läuft ja dann lasst die mal auf dem Leben ja ich bin schon lange nicht mehr gestorben mit dem mal wieder Zeit ja ja ach ja was schön schauen wir mal ob da jetzt was läuft ja 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 ja